Wir sind heute in Berlin. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hinter mir der Hauptbahnhof. Es ist auch ganz schön viel los, Taxis und es ist auch ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr versteht mich. Aber wir müssen unbedingt da rein, denn Mobilcom, DVD ist wahnsinnig Interessantes aufgebaut, das ich mir ansehen möchte. Denn wenn ihr so wie ich ein bisschen auf verschiedene Gadgets steht und auf Smartwatches und Co., dann ist das unser Ziel. Also wir suchen jetzt mal, was hier los sein soll. Kommt mit. Ja, ich gebe es zu, ihr habt mich erwischt. Wie sagt man so schön? Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Sieht so aus, als hätte ich es gefunden. Ich bin ganz stolz auf mich selber. Sieht gut aus. Das ist die Digital Lifestyle Lounge von Mobilcom, DBTEL. Dort findet ihr allerhand Gadgets und Tools für all jene, die genauso wie ich auf Smartwatches, Mobiltelefone, Kopfhörer und Apps stehen. Und ich glaube, wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam ein bisschen genauer an. Kreisüberflutung, Polarot, Kameras, Mobiltelefone, eine Kaffeemaschine, die ich via App bedienen kann. Smartwatches, Kopfhörer. Ihr seht, die Leute hier haben total viel Spaß. Es gibt hier nämlich wahnsinnig viel zu entdecken. Also nicht nur diese wunderbare Kamera, die mich zehn Jahre jünger schätzt. Ich liebe sie jetzt schon. Es gibt hier noch so viel mehr. Und es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die Interesse am digitalen Lifestyle haben, sich diese Lounge anzusehen.